Diese Situation kennen Sie sicher. Diskussionen, bei denen es alle besser wissen und einer lauter als der andere ist. Und Sie? Sie stehen mittendrin und wissen nicht, was Sie tun sollen. Auch in den eigenen vier Wänden kann es unbequem werden. Auf Social-Media-Plattformen wie Facebook werden Vorurteile geschürt und Falschmeldungen unbekümmert geteilt. In Diskussionen haben sachliche Argumente gegenüber einem aggressiven Ton oft das Nachsehen. Genauso ist es auch beim Thema Klimawandel. In Wortgefechten rund um die Klimakrise braucht es Fakten, alltagsnahe Geschichten und etwas Mut. Die Kunst ist es, Fakten richtig zu verpacken. Dadurch werden sie stärker als Behauptungen und Polemiken. Formulieren Sie lebensnah, klar und einfach. So machen sie Klimaschutz attraktiv. Zeit für einen kurzen Faktencheck. Klimaskeptiker und Klimaskeptikerinnen behaupten, das Klima verändere sich so oder so. Der menschliche Einfluss sei jedenfalls vernachlässigbar. Klimafakt ist, ja, Klimaschwankungen gab es auch in vorindustriellen Zeiten. Aber erst seit den 1980er Jahren steigt die Temperaturkurve derart rasant an, dass dieser steile Aufwärtstrend nur durch den menschlichen Einfluss erklärbar ist. Seit 40 Jahren gab es auf der Erde kein Jahr mehr, das kühler war als der Durchschnitt des 20. Jahrhunderts. Weil Facebook und Co. hinter den Kulissen filtern, was wir lesen, sehen Klimaskeptikerinnen und Klimaskeptiker statt Fakten vermehrt Beiträge, die ihre Haltung stützen. Skeptiker und Skeptikerinnen behaupten, dass die Wissenschaft darüber uneins ist, ob Menschen Einfluss auf den Klimawandel haben. Klimafakt ist, für 97% der Klimaforscher und Klimaforscherinnen steht fest, Klimaerhitzung hat menschengemachte Ursachen. 17 der 18 wärmsten Jahre traten nach der Jahrtausendwende auf. Global ist die Temperatur seit 1880 im Durchschnitt um ca. 1 Grad gestiegen, in Österreich dagegen sogar um nahezu 2 Grad. Höchste Zeit, jedem Kritiker und jeder Kritikerin der Klimakrise eine eigene Klimabotschaft zu vermitteln. Das Klimabündnis hat lebensnahe Tipps und Materialien zur Klimakommunikation für Sie aufbereitet. Antworten auf die Fragen, warum wir besser von Klimakrise statt vom Klimawandel sprechen, aus Untertitelung des ZDF, 2020